Am frühen Morgen des 2. Dezember 2014 besuchte ein WDR-Team unsere Schule. Es bestand aus einem Kameramann, einem Tonmann und einem Reporter. Das Team kam, weil es Interesse an der neuen Möbelierung unserer Inklusionsklasse 5a hatte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Während des Matheunterrichts von Frau Schulze und Frau Sombon wurden verschiedenste Aufnahmen gedreht. Das Betreten des Raumes durch die Schüler, der Ruhebereich, Besonderheiten der Möbel und einzelne Schüler im Unterricht. Außerdem wurden Frau Sombon und ein Schüler interviewt. Dabei wählte der Kameramann immer wieder unterschiedliche Perspektiven, um den Bericht abwechslungsreicher zu gestalten. Der fertige Bericht wurde dann am 3. Dezember in der Lokalzeit für Dortmund gesendet. Er steht für alle auch in der Mediathek der Lokalzeit zur Verfügung. Er steht für alle auch in der Lokalzeit zurПрặc Untertitelung des ZDF, 2020